Genug der halben Sachen. Wir wollen 100% saubere Energie. Für unsere Roller, unsere Soufflés, unsere Gadgets und Late-Night-Snacks. Fürs Kümmern, fürs Schmusen, fürs Liken, Scrollen und Swipen, für was auch immer das hier ist. Wir wollen sauberen Strom für unsere Waschmaschinen, kein Greenwashing. Sagen wir gemeinsam, CO2, bye, bye, bye. Wer gibt mit uns 100% beim Wichtigsten aller Projekte? Der Rettung unseres Planeten. Ökostrom AG. 100% Öko, 100% Fair.